Es ist Geisterstunde, wenn der Schattenmann kommt. Die anderen sagen, die Geisterstunde ist um Mitternacht. Ich glaube, sie ist um drei Uhr nachts. Dann bin ich als Einzige noch wach bin. Wie jetzt. Die Geisterstunde Wo bin ich? Im Land der Riesen. Oh Mann. Warum hast du mich mitgenommen? Weil ich dein einsames Herz gehört hab. Ich höre das ganze geheimnisvolle Flüstern dieser Welt. Ratze! Sophie, versteck dich. Habst du ein neues Zwinsel? Ich höre das. Wie geht's? Ich geh? Ich geh? Wo bin ich glücklich. Wie geht's?